Und wir schauen zunächst einmal nach Sachsen, bevor wir gleich noch nach Thüringen gehen. Und in Sachsen, in Dresden, möchte ich mit Daniel Schrödel sprechen. Daniel, die CDU vom Ministerpräsidenten Kretschmer liegt in fast allen Umfragen aktuell drei, vier Prozentpunkte vor der AfD. Kann sie sich da schon zurücklehnen und die nächsten fünf Jahre Regierung planen? Nein, das kann sie nicht. CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer hat zwar eine Trendumkehr geschafft. Zu Jahresbeginn war ja die AfD in Sachsen noch vor der CDU, aber zum Zurücklehnen, das steht jetzt wirklich nicht an. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Umfragen zeigen ja eine Wahlneigung, kein tatsächliches Wählerverhalten. Und ganz viele Menschen entscheiden sich tatsächlich erst am Wahltag oder erst kurz vor der Wahl, welche Partei sie wählen. Und wir erinnern uns, vergangene Woche der mutmaßlich islamistische Anschlag in Solingen, der hat auch viele Menschen hier im Freistaat erschüttert. Und tatverdächtig ist ja ein Flüchtling. Und das könnte auch nochmal eine besondere Brisanz hier im Wahlkampf haben. Denn ganz vorne, da stellen die Menschen das Thema Migration an, Flucht und Vertreibung. Und deswegen hat auch dieser Anschlag, dieser mutmaßliche Anschlag von letzter Woche noch einmal eine neue Brisanz hier in den Wahlkampf gebracht. Und es bleibt bis zum Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wo sich Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht zurücklehnen kann. Kopf an Kopf. Die AfD hat Umfragewerte von 30 Prozent. Es heißt, Spitzenkandidat Jörg Urban und seine Partei wollen in die Regierung. Wie wollen Sie das anstellen? Ja, das sagt die AfD hier in Sachsen. Sie wirbt mit einem Ministerpräsidenten Jörg Urban. Allerdings, Jörg Urban hat mir auch zum Wahlkampfauftakt in Dresden gesagt, realistisch aus seiner Option ist eigentlich nur eine Alleinregierung der AfD, die hier ein Ergebnis 40 plus X anstrebt. Und das ist zumindest laut den aktuellen Umfragen nicht in Sichtweite. Und da zeigt sich auch, dass diese Polarisierung, die die AfD hier anstrebt, diese extremen und extremistischen Positionen, die sie vertritt, dass die zwar für Zuspruch bei vielen Menschen in Sachsen sorgt, allerdings genauso dafür sorgt, dass eben andere Parteien die AfD als nicht koalitionsfähig erachten. Und das zeigt eben auch das Dilemma dieser Partei im Freistaat, weshalb sie womöglich trotz eines guten Ergebnisses jetzt am kommenden Sonntag wieder auf die Oppositionsbank muss hier im Sächsischen Landtag. Und dann gibt es bei der Wahl ja noch eine relativ neue Partei, das Bündnis Sarah-Wagenknecht. Das liegt in Umfragen je nach Umfrageinstitut zwischen 12 und 15 Prozent. Inwiefern ist denn das BSW entscheidend für die Regierungsbildung nach der Wahl? Ja, das BSW, das Bündnis Sarah-Wagenknecht, das dürfte ganz entscheidend werden. Michael Kretschmer hat ja im Wahlkampf immer dafür geworben, er möchte die aktuelle Koalition in Sachsen von SPD, Grünen und CDU nicht mit den Bündnisgrünen fortführen, falls möglich. Und da ist momentan zumindest die einzig realistische Option das Bündnis Sarah-Wagenknecht. Und das steht eben in den Umfragen sehr gut da. Jetzt muss man abwarten, wie sich das Bündnis nach dem Wahlsonntag verhalten möchte. Die Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann, die hat hier auf der Wahlkampfbühne im Freistaat durchaus durchblicken lassen, dass sie sich eine Regierungsbeteiligung vorstellen kann, dass es eben ein Nicht-Weiter-So-im-Freistaat geben dürfe. Aber die Partei ist neu gegründet, hat wenige Mitglieder hier im Freistaat, muss sich erst mal selbst finden. Und da ist natürlich vollkommen nicht absehbar, wie sie sich positioniert, welche landespolitischen Schwerpunkte sie setzt und ob die dann auch mit einer CDU Sachsen hier im Freistaat kompatibel sind. Grüne und SPD liegen in Umfragen deutlich unter 10 Prozent, eher bei 5 Prozent. Träumen die beiden Parteien tatsächlich realistisch von einer erneuten Regierungsbeteiligung? Also die SPD träumt tatsächlich davon, macht damit auch auf der Wahlkampfbühne Werbung, sagt, wir wollen wieder in die Regierung, wir wollen das sozialpolitische Korrektiv der CDU in Sachsen sein, die hier sehr auf das Sparen bedacht ist und eben auf einen ausgeglichenen Haushalt. Die SPD möchte da große Investitionen in Angriff nehmen, um hier eben Themen wie Lehrermangel, wie die Sicherung der Krankenhäuser etc. weiter voranzutreiben, dass man das eben tatsächlich auch mit Geld umsetzen kann. Von daher muss man da abwarten, wie sich das nach dem Wahlsonntag dann zurecht rüttelt, ob die SPD mit einem guten Ergebnis auch über die 5-Prozent-Hürde kommt. Bei den Grünen ist es so, dass diese Partei schon noch zittern muss. Also da dürfte das Ziel erstmal lauten, über die 5-Prozent-Hürde kommen. Und da muss man schauen, wie da Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, BSW oder CDU, BSW, SPD dann stattfinden, ob die sich einigen können. Und wenn dann das BSW sich mit Maximalforderung versucht durchzusetzen, wo eine CDU Sachsen sagt, nee, da können wir einfach nicht mitgehen, dann hat ja wohl möglich nach diesem Wahlsonntag ein CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer gar keine andere Wahl und muss dann wieder mit diesem unliebsamen Partner versuchen, sich irgendwie zu einigen. Kommen wir kurz zur Wahlbeteiligung. Bei der letzten Landtagswahl 2019 hatte es die höchste Wahlbeteiligung seit 1990 gegeben, nämlich 66,5 Prozent. Wie schätzt du es ein, könnte diese hohe Wahlbeteiligung dieses Jahr nochmal übertroffen werden? Ja, könnte sie. Denn die vergangenen Jahre haben ja den Freistaat nochmal mehr politisiert. Da war zum einen die Corona-Pandemie, die hier für großen Unmut, also beziehungsweise der Versuch eben die Pandemie im Freistaat einzudämmen, der hier für großen Unmut, für Straßenproteste gesorgt hat. Wir erinnern uns, das hat ja auch in den bundesweiten Medien Niederschlag gefunden. Dann haben wir hier den Ukraine-Krieg, der im Freistaat eben auch viele Menschen umtreibt. Viele Menschen versuchen da eben eine Partei in Sichtweite zu haben, die da ihre Meinung vertritt und eben mehr dieses Friedensmantra nach vorne bringt, was ja auch bemüht, eben ein Michael Kretschmer anzusprechen oder auch die AfD und das BSW. Und dann kommt noch hinzu, dass wir hier im Freistaat relativ viele neue Parteien haben, die auch eine gewisse Anhängerschaft mobilisieren können, die zur Wahl stehen. Das sind zum einen die rechtsextremen Freien Sachsen, die hier durch die Corona-Pandemie eben auch an Fahrt gewonnen haben. Und dann treten auch erstmalig bei einer Landtagswahl die Freien Wähler im Freistaat an. Und auch die haben ein gewisses Mobilisierungspotenzial. Das alles zusammengenommen ist aus meiner Sicht schon Grund genug der Annahme, dass es dann morgen am Wahlsonntag zu einer höheren Wahlbeteiligung tatsächlich kommen könnte. Das alles zusammengenommen ist aus meiner Sicht.